Da seid ihr also endlich. Hat ja lang genug gedauert. Ihr seid so spät dran, dass ich mich nicht mehr aufhalten könnt. Bruder, planst du etwa noch mehr schreckliche Dinge? Olli, wie kannst du uns wagen, alles zu origami zu machen? Nicht nur meine Schergen, sondern sogar mich. Aber was noch wichtiger ist, wo ist Prinzessin Peach? Ist sie in Sicherheit? Hat sie es bequem? Hat sie was zu lesen? Ich frage für einen Freund, den ihr nicht kennt. Töhrlicher Typ. Die Prinzessin, die befindet sich direkt vor eurer Nase. Schaut doch. Ich hatte dir doch gesagt, dass ich den ganzen Pilzverlass zu einem Origami-Schloss falten würde, einschließlich der Prinzessin. Nun ist sie eins mit dem Kastell, wunderschön edel und still. Ich bin mir sicher, dass sie so viel glücklicher ist. Du Monster! Prinzessin Peach in das Kastell zu falten, ist einfach furchtbar. Du bist zu weit gegangen. Etwas Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen, außer... Oh nein! All diese Papierkraniche! Das würdest du nicht wagen! Und doch, das würde ich. Und ich habe es auch getan. Seht, die macht dir tausend Kraniche. Wer die Geduld aufbringt, tausend Origami-Kraniche zu falten, den soll ein Wunsch gewährt werden. Dies ist die wahre Ultimative Macht und ich werde sie nutzen, um jeden letzten dieser elende Toads in weißes Papier zu verwandeln. Was? Das ist völlig irre. Davon holen sich die Toads noch nie im Leben. Sowas würde nicht mehr ich machen. Und ich habe schon ein paar ganz schön fiese Dinger gedreht. Frag mal Kamek. Ich verstehe aber noch nicht, was du gegen die Toads hast. Ist dir nicht klar, dass du selbst von einem Toad gefaltet worden bist? Ja, man, natürlich ist es das. Und jener Toad ist der Grund, aus dem ich all dies tue. Dieser Naht, das Papier, aus dem er mich faltete, nicht respektiert. Er hat darauf gekratzelt. Ich trage auf ewig die Namen seiner Nachlässigkeit und seiner Gleichgültigkeit gegenüber Origami. Und dafür wird er bezahlen. Deswegen tust du das alles? Aber warum lässt du dann deine Wut auch noch an all den anderen Toads aus? Für mich sehen Toads alle gleich aus. Sie unterscheiden sich durch nichts. Sie sind alle gleich. Deswegen werde ich sie alle in Altpapier verwandeln. Dann muss ich nie wieder eines ihrer platten Gesichter sehen. Das ist meine Vision eines ruhmvollen Origami-Königreichs. Und du, Mario, hast dich zwar als äußerst Störung erwiesen, doch selbst du kannst mich jetzt nicht mehr aufhalten. 999 Kraniche habe ich bereits gefaltet. Ich werde dich endgültig besiegen. Und danach wird dir die Ehre zuteil, zum letzten Kranich gefaltet zu werden. Ey, Final Kampf! Und ich finde es so witzig, dass er das an den Toads angesprochen hat, weil das ja auch so ein Community-Gag ist. Bei Paper Mario, da waren die Toads für alle so unterschiedlich und so. Und seit den DS-Teilen sehen die nur noch alle gleich aus. Dein Abenteuer endet hier und jetzt, Mario. Ich werde meinen Traum erfüllen. Und wenn du nicht einknicken willst, so werde ich dich eben mit geballter Gewalt zusammenfalten. Oh, boy. Oh! Alle vier Pergamentorteile. Ich spür die Macht des Olli. Ah, er ist selber das Origami. Klar, er kann das natürlich auch. Genauso wie Olivia. Für wahr. Ich habe die Pergamächte aller Fahrtfibel gemeistert. Werde ihr Zeuge, wie sich ein König dieser Techniken bedient. Wie cool. Das wird in einem Showdown enden zwischen den beiden Geschwistern. Klaro, alles easy. Oh, was ist das? Ah, wir können jedes Pergamentor verwenden. Wäre ja dumm, wenn ich das nicht nutzen würde, ne? Und gegen Erde wäre ja, glaube ich, Wasser ganz gut, nicht wahr? Bei der Macht des Wasserpergamentons! Erdbegamentons! Speich dich voll! Hat der halt gar kein Damage gemacht. Das ist sehr belastend. Hätte ich doch das Erdbegamentor benutzen sollen? Hahaha. In meiner jetzigen Gestalt kann mir diese Attacke rein gar nichts anhaben. Oder Feuer, damit er so zu Lava wird? Oh, damn. Das macht viel Damage. Wie was? Du stehst doch aufrecht. Das werde ich ändern. Wir gehen jetzt einfach mal mit Gehirn da dran. Also gegen Wasser ist Eis gut. Gegen Feuer ist Wasser gut. Und gegen Eis ist Feuer gut. Ja, also ist gegen Erde Wasser gut. Dann raffe ich das nicht, Leute. Wollen wir ihn einfach mal ein Eisen? Nö. Wir setzen das Erdbegamentor ein. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. Erde gegen Erde? Why not? Dann ist das auch ein richtiger Showdown. Erde gegen Erde! Und Erdtick! Ne, auch noch ein Damage. Hä, ist das alles falsch? Darf ich kein Pergamentor einsetzen? Kriegt er mich hier oben? Ne, ne? Naja, gut. Er hat natürlich auch. Er ist natürlich auch ein Erdbegamentor. Er kann natürlich auch alles wieder rückgängig machen. Und ausweichen! Er macht da zu viel Damage. Ich habe gar keine Lehme mehr. Gut, dann probieren wir jetzt das Eisbegamentor aus. Mal gucken, vielleicht bringt das ja mehr. So ein Eisbeg gegen eine blöde Schildkröte sollte doch was bringen, oder? Er ist zumindest eingefroren. Ne, auch noch ein Damage. Ja, moin. Und jetzt? Äh, äh, was? Ich kann mich nicht bewegen. Das klingt sehr gut, wenn er sich nicht bewegen kann. Tiefgefroren und bewegungsunfähig. Und wenn wir ihn jetzt auftauen oder mit den 1000 Armen gegen ihn gegen kämpfen, das können wir natürlich auch machen. Aber vielleicht macht das ja mal ein bisschen mehr Damage. Oder wir drehen ihn um, oder keine Ahnung, was passiert. Let's go. Äh, oh, wir können ihn... Ja, wir können ihn tatsächlich nehmen. Okay. Oh, wir werfen ihn! I really like that. Ja, die Schwachstelle jeder Schildkröte auf dem Rücken liegen. Dann wird er sich garantiert gleich wieder verwandeln. Die Hälfte seiner Leben einfach weg. Ultra gut. Tja, damit hast du nicht gerechnet, hä? Tja, gar nicht so übel. Zeit, meine Taktik zu ändern. Mach doch, bringt dir trotzdem nix. Und er wählt... Feuer! Okay, das ist ja super einfach. Einfach mit Eis. Äh, einfach mit... mit... mit Wasser. Das ist ja logisch. Oh, er sieht viel, viel cooler aus als Olivia. Ein lilaner Feuerdrache sieht viel geiler aus als ein roter Feuerdrache. Und hat dieselben Fähigkeiten drauf wie die Pergamon Toast. Äh, guck mal, wie viele Leben verloren hat da durch! Was ein Vollidiot! Richtig der Dummkopf. Außer er heilt sich jetzt. Dann ist er vielleicht noch nicht so dumm. Was macht er denn jetzt? Ne, er heilt sich nicht, aber er macht eine super Special Attack. Wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall töten. Äh, die Dinger auf dem Spielfeld tun natürlich weh. Und wir müssen durch relativ viele durchlaufen. Ich glaube, ich lasse mich einmal anfeuern. Ich möchte Leben dazu bekommen und... Ja, ich habe allgemein Angst. Oh nein, der... 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 hat sich geheilt! Hat er sich geheilt? Ich glaube, er hat sich geheilt. Und wir kriegen nur einen Pilz? Könnt ihr mich bitte auch einfach so heilen? Ja, danke. Äh, weil wir zu lange gewartet haben, hat sie... der Boss sich jetzt geheilt. Das ist halt wirklich gemein. Und wirklich geholfen haben sie mir aber auch nicht, die Toads. Damit. Okay, also wir zeigen zumindest, wo ich hinlaufen würde. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, guck mal, wir kriegen einfach... Warte, ich komme da tatsächlich hin? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Und ich habe jetzt sogar volle Leben. Okay, die Toads waren ja mega gut. Ich werde jetzt auch mega viele Leben verlieren wegen diesen ganzen Federn hier. Aua, ich musste mich heilen, sonst wäre ich ja einfach wirklich gestorben. Ja, ja. Ja, jetzt wäre ich tot gewesen. Aua! What the fuck, ey? So viel Damage! Aua, shit! Aber wir kriegen unser Peggy mit Toa. Und ich hoffe, dass das Wasser-Peggy mit Toa jetzt einfach langt, um ihn... um ihn zu löschen. So, Wasser-Peggy mit Toa, let's go! Das reimt sich. Du wirst jetzt gelöscht! Null Dämme! Ach, das so, das macht immer nur, dass er dann auf dem Boden liegt. Und jetzt müssen wir ihn mit den Faltarmen nochmal machen. Oh nein, meine Flammen! So, und dadurch sollte er doch jetzt tot sein. Er hat sich nicht nochmal geheilt. Wir haben unsere Faltarme. Er ist auf dem Boden. Und er hat kein Feuer. Die Sache ist, wenn wir ihn jetzt nicht töten... Bitte lang, bitte lang, bitte lang, bitte lang. Können wir ihn bitte seine Flügel ausreißen oder was auch immer? Sonst heilt er sich nämlich durch seine Feuerdinger da wieder. Okay. Aber wir haben ihn nicht getötet. Wir haben nur sein Feuer-Peggy mit Toa rausgerupft. That's not good. Wirkt euch nur nicht in Sicherheit. Gleich werdet ihr sehen, dass ich nicht aus Pappe bin. Nee, sondern aus Papier. Pappe ist doch viel besser als Papierbesuch. Voller Idiot. Okay, er wird sich in alle vier Peggy mit Toa verwandeln. Egal, was man macht. Voll gescriptet. Das ist das Wasser-Pegment-Tour, nicht wahr? Ja. Aber er ist schon sehr erschöpft. Also mehr oder weniger ist das auf jeden Fall gerade ein Bosskampf-Wash, oder? Also wo man alle Bosskämpfe nochmal macht. So in der Art ist das gerade. So, let's go. Ah, er weist Sachen weg. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich kriege trotzdem meine Sachen. Ein bisschen lucky muss man ja auch mal sein. So, ich würde jetzt gegen Wasser einfach Erde einsetzen, I guess. Grrr, Erdattacke. Ein Brownie für Mario. Und die Schildkröten-Erdrutsch-Attacke für das Wasser-Pegment-Tour. Hä, der fliegt. Ich bin so ein Dummkopf. Hätte ich den doch einfrieren sollen? Wahrscheinlich. Oh ne, aber ich bin safe. Also ich... Ach! Okay, er hat sich selbst ausgeschaltet. Warum nicht? Ich habe mich selbst geschützt. Und er war so dumm und hat sich selbst ausgeschaltet. Äh, was? Du bist auch da... Wie kann das sein? Ich bin dann einfach Smart im Kopf. Yeah! So, selbes Spiel. Wir setzen wieder unsere Faltarme ein. Und was bleibt dann noch? Was hat er noch nicht? Er war noch nicht Eis, ne? Gut, bei Eis dann einfach Feuer und dann haben wir ihn doch. Wenn er denn tatsächlich alle Perge mit Toos... Nein, guck mal, wir töten ihn sogar so. Er wird nicht mehr zu Feuer, wie es aussieht. Ich hätte kein Problem damit. Ja, oh, haben wir ihn besiegt? Ist das wirklich das Ende? Ach, ihr... Ihr habt meine überlagene Faltkunst durch den Schredder gejagt. Bruder, alles in Ordnung? Du musst doch völlig erschöpft sein. Sieh auch nur, in ein Perge mit Toos zu verwandeln, ist schon... Spar dir dein Mitleid. Eins, falte dich nicht. Um mit mir gemeinsam diese Interesse fällt, in ein Origami-Königreich zu verwandeln. Doch, du hast mich verraten. Und dich obendrein mit diesen Pappnasen eingelassen. Sieh es endlich ein, Olivia. Wir beide sind Origami. Wieso nur? Wieso noch stellst du dich gegen mich? Olli, wir mögen beide Origami sein. Aber was du tust, ist nicht, wofür wir gemacht wurden. Entstanden sind wir aus zwei einfachen Blatt Papier, denen unser Geist eingefaltet wurde. Wir wurden mit Liebe gefaltet. Liebe zur Kunst. Liebe zur Kreativität. Liebe zum Leben selbst. Darum geht es doch bei Origami. Wir sollten alle Papierwesen die Hand reichen, wenn wir Liebe in unserem Herzen tra... Du willst mich über Liebe belehren? Wo war denn diese Liebe, als jener Papier an der Tod mein Körper bekritzelte? Wir haben nichts mit diesen platteneinseitigen Narren gemein. Wir wurden zu größerem gefaltet. Ich hätte wissen müssen, dass du mich nicht verstehen würdest. Wie auch? Schließlich war ich es, der dich erschuf. Vielleicht zu perfekt. Diesen Fehler werde ich beheben. Olivia, werde zeugen, wie ich mich der wahren Origami-Macht bediene. Er entfaltet sich immer weiter. Was geschieht hier? Und was sollen wir tun? Oh nein, wird er jetzt alle Pergamentos auf einmal? Das könnte ich mir gut vorstellen. Nein, die Toads. Ich habe die alle gerettet. Du kannst sie jetzt nicht wieder überall verstreuen. Bitte. Das hat 30 Stunden gedauert, die alle zu suchen. Please. Oh mein Gott. Das ist einfach ein Gundam. Zieh dich um, Olivia. Mein Faltmaterial heißt die Realität. Wie ihr sie zu kennen glaubtet. Denn nicht ohne Grund ist Origami der Endbegriff der Macht, die unendliche Verwandlung in Inne wohnt. Mit dieser Macht werde ich, werde ich diese Welt ein für alle Male von sämtlicher jämmerlichen und papierenden Wesen befreien. Klappe, du Origami-Pappe. Du denkst wohl, wir ziehen den Schwanz ein, bloß weil du dich aufbrüßt, dass du komisch aussiehst? Du und deine Frisur, ihr geht mir gewaltig auf die Nerven. Zeit für euch, den Abflug zu machen. Bowser, warte. Auch ich spüre die Origami-Macht dieses Orts in jedem meiner Falze. Doch wenn sie ihn stärken kann, wieso dann nicht auch dich? Erlaube mir, dich zu falten. Was? Okay, Olivia ist MVP. Wir haben drei MVPs. Gentleman and Gentlewoman. We got three MVPs. Olivia ist number three. Und sie erschafft den vierten MVP, nämlich Bowser. Wie knuffig er ist. Oh mein Gott, ist er süß. Wuh, wuh, wuh. Kann ich über Origami gehören? Jetzt zeigen wir ihm mal, wie ein echter Bosch ein Bosch schafft. Ist das süß, das ist so süß. Das ist so süß. Sorry, aber es ist wirklich genug nicht. Der Typ ist stärker als erster Auslieg. Ich brauche Verstärkung. Ja, wir helfen dir. Ich finde das ganz, ganz blöd, was du hier machst. Hör auf damit. Wie könnt ihr es wagen, mir ins Handwerk zu pfuschen? Ich werde euch Besseres zu tun geben. Nehmt dies. Lass das doch. Ich will das nicht. Achso, okay. Also ich muss hinter Bowser und von da aus die Faltarme benutzen, weil der dann irgendwie über die Kante fliegt oder so. Let's go, 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 go. Das ist ein merkwürdiger Endkampf hier gerade, oder? Ich finde ihn ein bisschen sehr merkwürdig. Bam, 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 bam. Ja, Bowser, du schaffst das. Lass ihn nur fertig machen. Äh, Moment, nee, das finde ich nicht gut, aber hier bleibt nur ein Faltarm. Ich helfe dir, König Bowser. Oh Gott, ich werde gleich zermalmt, ich werde gleich zermalmt. Äh, 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 weg hier, weg hier. Gott. Schnappi, schnappi. Uh, das war ein bisschen zu knapp. Wärst du nicht ausgewichen, hätte die Fratze uns platt gequetscht. Das ist ein sehr merkwürdiger Endkampf, weil man gar nicht selber irgendwie Taktik machen kann, sondern nur das machen kann, was vorgegeben ist. Aber zumindest kommt man hier ein bisschen ins Schwitzen, weil man dauernd den Controller so komisch bewegen muss. La, 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 bitte nicht. So. Bam, 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 bam. Du glaubst vielleicht, du hättest gewonnen, aber diese Schlacht ist noch lange nicht zu Ende. Oh, jetzt übertreibt doch nicht. Achso, äh, Moment, nein, falsche Tasse. Äh, ich muss den da runterduddeln. Na, nicht von Poppe, was? Sei verflucht. Und Bowser ist MVP Nummer 4. Gewonnen. Ich weiß, dass auch Gutes in ihm steckte, aber Oli hat flaches Papier gehasst bis zum bitteren Ende. Auf Wiedersehen, Bruder. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Äh, nein, wird Bowser jetzt gegen... Nee, okay, okay. König Oli kommt nochmal back. Und schnappt sich Bowser. Das ist gut. Das finde ich in Ordnung. Okay. Warum wird er denn immer größer und größer? Was ist das für ein Bosskampf? Ich lasse das nicht zu. Ich zackne euch alle. Moment, der Origami-Meister gab mir etwas ganz Besonderes, bevor wir seine Werkstatt verließen. Jetzt ist die Zeit gekommen, es einzusetzen. Stimmt. Irgendwas hat er denen gegeben, aber wir durften nicht sehen, was. Äh, die Kraft der... Oh, Pentagons? Nee, das wäre ja komisch. Uh, die Kraft von... Weiß ich nicht. Noch ein Fallkreis? Haha, wie erbärmlich. Was hast du damit vor? Mich mit deinen schwächligen Armen kitzeln? Ich werde euch vernichten. Ah, es ist Puzzletime. Ach man, er hat meine Fallkreise durcheinander gebracht. Meine Wut, mein Zorn. Sie haben sich in ein aufsteigendes Gift verwandelt. Wenn ihr mich besiegen wollt, tut ihr es besser schnell. Denn wenn es die Plattform erreicht, ist es auch aus mit euch. Unter Zeitdruck, oder was? Unter Zeitdruck bin ich ja richtig gut. Äh, warte mal. Warte mal. Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Okay, da komme ich ja gar nicht mit klar. Nee. Ja, das war zu früh, das ist klar. Ey, wenn ich jetzt sterbe und das alles nochmal machen darf, dann raste ich ja schon wieder aus. Hä, ich raffe gar nicht, wie ich die hier anordnen soll. Oh. Dann den da vielleicht rüber. Ja, sieht gut aus. Den auch noch. Lass mich bitte in Ruhe. Nimm die aus. Ah. Ausgewichen. Okay, okay. Also einfach Puzzletime, ja. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann müssen die da irgendwie rüber. Oh, ja, wir haben blau fertig. Nice. Wie er sich in alles verwandeln kann. Zu spät. Aber ich habe keine Leben mehr. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe auch nicht so viel Zeit, so, wenn ich ehrlich bin. So, den da rüber. Den da rüber. Nur noch den hier, nur noch den da. Oh Gott. Ich muss das jetzt schaffen, wenn er mich jetzt tötet. Okay, gerade so ausgewichen. Einen Glück bin ich aufs Papier. So, letzter Puzzle. Ich glaube, der hier ist der letzte. Der muss nur noch richtig. So. Hä? Fuck, warte. So. Hä? Nee, die sind alle vier noch auf der falschen Seite. Ja, jetzt habe ich zu lange gemacht. Mann! Die vier äußeren Dinger waren falsch. Okay, es steht zumindest noch einmal und nicht letzter Spielstand. Neustart von der letzten Szene. Okay. Okay, das ist fair. Nicht so wie bei seiner Shy Guy Quiz, wo ich dann alles nochmal neu machen musste. Okay, das ist fair. Danke, Spiel. Ah, ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Guck mal, grün ist oben. Ich hatte sonst immer rot oben gemacht. Oh, ich meine, es war ein Volldepp. Ah, du denkst das, lass ich zu. Ich verwandle diesen Fallkreis in nutzlosen Altpapier. Oh, ich habe dich gedrückt, weil ich mit meinem Soundboard zu tun hatte. Nein, jetzt hat er das verändert, weil ich nicht ausgewichen bin. Wenn ich jetzt deswegen verliere, ne? So, wieder richtig. Nein, diesmal wirst du ihn nicht auseinander bringen. Diesmal weiß ich nämlich aus. So. Ja, und nochmal. Und nochmal. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich bin Mario. Junge. Chill doch mal. Wie er permanent angreift. So, darf ich jetzt bitte den Fallkreis aktivieren? Einfach. Faltarme. Alle zusammen. Activation of the Faltarme attack. Hast du das geschafft, Mario. Endlich können wir den Fallkreis einsetzen. Der Origami-Meister hat mir eine letzte Falltechnik verlieren. Sie ist der einzige Weg, Olli aufzuhalten. Und zwar. Und zwar. Und jetzt bin ich gespannt. Dann wird sie jetzt aber alle Origami-Dinger zusammen. Oder? What the? Oh, sie wird der ultimative Hammer. Lol. Der ultimative Superhammer. Oder bitte, komm wieder zu Zen. Tja, er hatte seine Chance. Wir knubbeln ihn jetzt tot. Sorry, Olli. Das kann nicht sein. Oh, Familiendrama. Der war echt schwer. Dieses komische Puzzle am Ende. Holy. So, Leute. Ich glaube, damit haben wir das Spiel endlich durchgespielt. Es tut mir leid, Bruder. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Aber jetzt bist du völlig zerknüllt. Vielleicht bin ich zu weit gegangen. Olivia. Du hast das Richtige getan. Du hast alles in deinen Angriff gelegt. Er hat mich aufgeweckt. Und nun sehe ich endlich die Wahrheit. Ich war zu stolz und dachte nur an mich selbst. Mein Herz hatte einen Knick. Hä? Was ist das denn da? Das auf deinen Bauch. Ach das. Warte. Es tut weh, wenn ich mich bewege. Das da ist der Grund für all den Wahnsinn. Das gedankenlose Gekritzel, mit dem ich jener Tod entstellte. Lies es mir bitte vor. Ich muss wissen, was dort steht. Lies mir vor, womit ich mit mir kritzel wurde. Damit ich ein letztes Mal lachen kann. Alles klar mache ich, Bruder Herz. Mal sehen. Mein lieber Olli. Mögest du ein gerechter und gütiger König sein. Es ist überhaupt nichts Albernes. Ganz im Gegenteil. Es ist eine liebevolle Nachricht des Origami-Meisters. Er hat dir damit nur alles Gute als König gewünscht. Ach, ich war ein furchtbarer König. Schäbig, wie ich ihn tot seine Freundlichkeit vergoldet habe. Ich war so blind vor Wut. Ich habe so viel Unverzeihliches getan. Und es tut mir so leid, dass sogar Prinzessin Peach und Mario darunter zu leiden hatten. Olivia, du musst etwas für mich tun. Ich flehe dich an. Bitte nimm diese 999 Kraniche. Ich falte aus mir den letzten, der zu kaosen Kranichen noch fehlt. Wenn du den tausendsten Kranich gefaltet hast, wird dir ein einziger Wunsch gewährt. Es macht zwar meine Untaten nicht wieder gut, doch mehr kann ich nicht tun für dich. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Olivia. Du hast für mich. Oh no. Bruder Herz! Mario, ich muss dir was sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Kraniche faltet. Oli hat es mir vielleicht zeigen können. Schließlich hat er das Kastell und auch mich gefaltet. Aber sieh ihn dir jetzt an. Olivia hat einfach zwei Freunde verloren. Einmal Bobby und jetzt auch ihren eigenen Bruder. Hm, aber Bowser Jr. und Kamek leben zumindest. Hey Leute, hab ich was verpasst? Hört mal, ich hab den Origami-Meister gefunden. Vielleicht kann der Oli zu diesen Ersen ausreden. Er hat ihn ja schließlich geg... Oh. Oh, dieses königliche Purpur-Fasern. Fein wie junge Daun. Ja, an diesem Papier einleit ich dir doch sehr gut. Und Olivia, schön dich zu sehen. Dass du den Riesenhammer-Technik auch einsetzt, die ich seinerseits in seinem Design eingearbeitet habe. Aber Moment, ihr wollt die verbotene 1000-Kranich-Technik anwenden? Ja, aber ich verspreche dir dieses Wissen nicht für böse Zwecke einzusetzen. Kannst du mir zeigen, wie ich den letzten Kranich falte? Ich möchte den letzten Wunsch meines Bruders erfüllen und den tausendsten Kranich selbst vervollständigen. Ja, das werde ich tun. Dies soll meine letzte Feuterweckung sein. So, du musst da hin und dann machst du das. Und wenn du das da knickst, dann hast du deine Kranich. Gut gemacht. Du kannst dir jetzt etwas wünschen, Olivia. Okay, also was wünsche ich mir denn? Alles, was du willst. Hol Bobby wieder. Hol Olli wieder. Hol Peach wieder. Mach alles, wie es vorher war. Nur ohne bösen Origami-König. Kraniche, hört mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass alle von meinem Bruder gefaltete Origami wieder entfaltet werden. Ich wünsche mir, Ich wünsche mir, Big Olli wird wieder entfaltet. Obwohl er sich ja eigentlich gar nicht selbst gefaltet hat. Also das stimmt was mit dem Wunsch nicht, Miss Olivia. Und wir sind wieder genauso wie am Anfang. Nur mit mehr Freunden und einer glücklichen Peach. Perfekte Landung. 10 von 10. Oh, du liebe Zeit. Was mache ich denn hier? Und was machen ihr vorhin alle hier? Oh, was heißt denn Peach? Du bist ja wieder normal. Hurra. Moment mal, hier fehlt doch jemand. Wo ist Olivia? Ja, wo ist Olivia? Ah, Olivia wurde auch gefaltet von König Olli. Und sie wollte, dass alle Origames, die von König Olli gefaltet werden, entfaltet werden. Das heißt, sie ist jetzt auch nur noch ein Blatt Papier. Belastend. Das ist doch kein gutes Ende. Bobby ist immer noch tot. Olivia und Olli sind weg. I don't like this. Oh, ich bin ja so froh, dass alle wieder normal sind. Ein toto und heiß geschärftes Treiben wegen des Origami-Fests. Alle entdecken die Magie des Origami und immisieren sich. Sogar Bowser und seine Geschirr. Ha, süß. Ah, Bowser Jr. ist so funny. Guck, da leben die Schergen von Bowser zusammen mit dem Pilzkönigreich zusammen, so wie es sein soll. Jetzt fehlt halt nur noch, dass die ganzen Origami-Leute auch mit ihm zusammen feiern können. Also an sich hätte ich nichts zu ergeben, wenn die alle leben. So ist das für so ein halbes Happy End, finde ich. Man kann doch nicht eine Rasse auslöschen und dann sagen, ja, jetzt ist alles cool. Okay, wenn die in ihrem eigenen Kleinkönigreich leben dürfen, dann ist das wieder in Ordnung. Und leben die jetzt auch noch da? Die ploppen da jetzt schon auf. Komm. Oder er faltet die jetzt noch. Mario, denkst du an das Origami-Mädchen, das mich gerettet hat? Sie war so mutig. Sie hat das alles für uns getan. Ich wünschte, ich könnte ihr danken. Komm, komm, Maria. Es ist Zeit für das große Finale. An alle Origami. Danke. Danke. Und das war Paper Mario's Origami King. I guess. Das ist aber... Irgendwie... Weiß ich nicht. Das Ende fand ich jetzt nicht so cool. Die haben einfach eine komplette Rasse ausgelöscht und tun jetzt so, als wenn das nicht passiert wäre, oder was? Ach Mann, nee. Ach komm. Okay, aber wir haben das Spiel tatsächlich durchgespielt. Nach etwa 30 bis 35 Stunden, würde ich sagen. Wie gesagt, am Anfang war ich mega gehypt, fand das Kampfsystem am Anfang auch noch mega cool, weil es da neu war. So zur Mitte hin hatte man gar keinen Bock mehr irgendwie zu kämpfen und zum Ende hin gar nicht mehr. Die hätten halt irgendwie wirklich diesen RPG-Effekt reinbringen müssen, dass man aufleveln kann, wenn man kämpft, aber so hatte man halt... Das Einzige, was das gebracht hat zu kämpfen, war, dass man dadurch Geld bekommen hat. Was anderes hat das nicht gebracht, oder halt, man musste kämpfen, damit man irgendwie einen Weg langlaufen kann. Das, finde ich irgendwie, ist nicht der Ziel von solchen Kämpfen. Wir sollten wieder diesen RPG-Style aus den alten Paper Marios reinbringen, und damit man da auch irgendwie Bock hat. Aber ansonsten, ich fand diesen Teil jetzt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel besser als die DS-Teile. Die fand ich wirklich abgrundtief schlecht, die habe ich auch abgebrochen, zu spielen so privat. Ging wieder mehr an die Paper Mario-Teile von früher, die Top 3, würde ich sagen. Reiz ich da dann halt mit ein, ist jetzt auf der Top 4. Auch von der Story her trotzdem ganz okay, außer dass das Ende jetzt halt wirklich komisch war, außer da kommt gleich noch irgendwas. So Marvel-Style, dass am Ende der Cuts oder der Credits noch irgendwas kommt. Oh ja, ansonsten, recht nettes Spiel. Danke an alle, die bis hierhin tatsächlich geguckt haben. Nochmal besonderen Dank an den Yolo-King, dass er unter wirklich jeder Folge irgendwas kommentiert hat. Und auch alle anderen, die stillschweigend natürlich zugeguckt haben, auch danke an euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play. Endlich mal wieder ein Let's Play, das ich auch bis zum Ende gespielt habe. Guck mal, da hinten im Hintergrund sehen wir die Wüste. Wenn wahrscheinlich, bis hier eben sind wir wahrscheinlich auch durch den Wald gefahren, ne? Bei Professor Edelwuchs. Ach stimmt, hier sind doch die ganzen Bilder jetzt einfach von den Orten, wo man überall war. Ja, es gab wirklich mega viele Orte, also das fand ich in Ordnung. Und zum Ende noch so ein Quiz. Dieses Quiz hat wieder gezeigt, das ist wieder so ein bisschen dieser Paper Mario-Humor. Den haben sie eigentlich auch gut eingefangen, finde ich. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, ist, alle Secrets zu finden. Ich habe nämlich ultra viele übersehen. Wenn man nur mal das zweite Mal irgendwo lang geht, dann sieht man schon, da ist noch was, da ist noch was, wie komme ich denn da hin, blibla blub, also da könnte ich noch richtig viel ansammeln. Habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gefragt, oder war das in dieser Folge? Kann auch sein, ich habe jetzt seit zwei Stunden für das Finale hier aufgenommen. Ja, ob ich das vielleicht in einem Stream machen soll, diese ganzen Secrets, die ich noch nicht gefunden habe. Wir sind schon bei den Special Tanks. Ansonsten, ja, was für eine Note würde ich dem Spiel geben? Von zehn Punkten vielleicht, das ist schwierig, vielleicht 7,2 oder so. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr dem Spiel geben würdet, ohne es jetzt selbst gespielt zu haben, aber vielleicht habt ihr es ja auch selbst gespielt, dann wäre das noch interessanter, wie ihr das fandet, wenn ihr es durchgespielt habt. Ja, auf jeden Fall 7,2 von zehn Punkten, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Und der Sonnenaufgang, wie schön. Auf zu Mario Kart, wum, 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 wum. Nee, ich bin nicht zufrieden mit dem Ende. Der hat doch jetzt auch irgendein Marvel-Style kommen können. Sad life. Und wenn ich nochmal ins Spiel reingehe, dann werde ich nochmal vor dem Boss starten, so wie es aussieht. Aber guck mal, ich habe da jetzt so einen Stern, aber nur in Silber. Hm. Na gut, dann war es das mit diesem Let's Play und auch mit diesem Video. Wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, falls ich da vielleicht was streamen soll. Wäre vielleicht interessant, vielleicht auch nicht. Ihr könnt dann mitraten, wie man irgendwo hinkommt und so. Und dann würde ich halt mal wieder streamen. Und ja, ansonsten, danke bis zu schauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Und guck mal, hier haben sie ihre ganzen Origami-Krams. Also ein Teil vom Origami ist schon auch irgendwie jetzt im Pilzpalast angekommen, aber halt so unlebendig, das ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall, ja. Dann bis zum nächsten Spiel, was auch immer das sein wird. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.